Wenzel Holler, auch Wengslaus oder Watzlaff Holler, war ein böhmischer Zeichner und Kupferstecher, der den größten Teil seines Lebens in England verbrachte. In seiner Zeit gehörte Holler zu den bedeutendsten Vertretern seines Genres und machte als einer der ersten die Technik der Farbradierung in England bekannt. Er hinterließ eine Vielzahl von Arbeiten, die wegen ihrer Detailgenauigkeit und sorgfältigen Ausführung bis heute geschätzt werden. Leben, Kindheit und Jugend Wenzel Hollers Jugend fällt in die Anfangsjahre des Dreißigjährigen Krieges. Er entstammte einer wohlhabenden katholischen Beamtenfamilie aus Böhmen, die nach der Rückeroberung Prags durch Truppen des Kaisers und der katholischen Liga 1621 verarmte. Ursprünglich für ein Jurastudium bestimmt entschied sich der junge Wenzel jedoch mit 18 Jahren für eine künstlerische Karriere. Erste Jahre als Künstler 1627 zog der deutschsprachige Holler nach Frankfurt am Main, wo er bei Matthäus Merin, dem berühmtesten Kupferstecher seiner Zeit, in die Lehre ging. Während seiner Frankfurter Zeit arbeitete Holler U.A. an Merins Topografien mit. Nach 1630 hielt er sich in Straßburg, Mainz und Koblenz auf. Holler gehörte zu den ersten Künstlern, die die Landschaft des Mittelrheintals als besonders malerisch empfanden. In zahlreichen Abbildungen hielt er Städte, Burgen und die Natur des Rheintals fest und wurde so zu einem frühen Vorläufer der Rheinromantik. 1633 wurde in Köln Lord Thomas Howard Earl of Arundel, der als englischer Gesandter zu Kaiser Ferdinand II. unterwegs war, auf ihn aufmerksam. Die Begegnung mit Arundel, einem der wichtigsten englischen Kunstsammler und Metzen seiner Zeit, sollte für Hollers weiteres Leben entscheidend sein. Er begleitete den Earl of Arundel zunächst an den kaiserlichen Hof in seine Heimatstadt Prag. Später nach Wien und auf ausgedehnte Reisen durch ganz Mitteleuropa, wieder in Köln, veröffentlichte er 1635 sein erstes Buch mit Stichen. Als sein Förderer 1637 nach England zurückkehrte, folgte Holler ihm nach London, wo er den größten Teil seines weiteren Lebens verbringen sollte. Übersiedelung nach England, Holler lebte anfangs in Arundels Haushalt, arbeitete aber nicht exklusiv für ihn, sondern auch für Verleger und Buchdrucker, die ihn allerdings Zeit seines Lebens schlecht bezahlten. Als unerfahrene Ausländer, weitgehend ohne Verbindungen, musste er immer wieder viel zu niedrige Honorare akzeptieren. Schon in seinem ersten Jahr in England schuf er für den Verleger Peter Stent, für den er auch in den kommenden Jahren des Öfteren arbeiten sollte. Eine große Ansicht von Greenwich, die dieser mit nur 30 Schilling pro Druckplatte honorierte. Später legte Holler seinen Preis auf vier Pens fest, seine Arbeitszeit maße mit einer Sandtour. Am 4. Juli 1641 heiratete Holler eine Kammerfrau der Gräfin von Norfolk namens Tracy, mit der er zwei Kinder hatte. Als 1642 der Englische Bürgerkrieg ausbrach, kehrte der Earl of Arundel, der erneut als Gesandter unterwegs gewesen war, nicht nach England zurück. Holler trat daher in die Dienste des Herzogs von York, arbeitete auch für König Karl I. und war für kurze Zeit Lehrer des Prinz auf Wales des späteren Königs Karl II. Als Anhänger des Königs trat Wenzel Holler schließlich in ein royalistisches Regiment ein und wurde 1645 bei der Belagerung von Basinghaus von Parlamentsstruppen gefangen genommen. Schon nach kurzer Zeit gelang ihm jedoch die Flucht. In Antwerpen traf er noch im selben Jahr erneut mit dem Earl of Arundel zusammen, der aber schon 1646 starb. In den nächsten Jahren entstanden einige von Hollers besten Werken, niederländische Stadthansichten ebenso wie Seestücke oder Naturdarstellungen. 1652 kehrte er nach London zurück. Späte Jahre. In den folgenden Jahren erschienen zahlreiche Bücher mit Illustrationen von Holler, unter anderem Klassikerausgaben von Hummer, Vergil und Juvenal. Wenig geschäftstüchtig verkaufte Holler auch diese Werke weit unter Wert, sodass er in ärmlichen Verhältnissen lebte. Auch die Restauration der Monarchie unter König Karl II. verbesserte seine Lage nicht, da er vom Hof kaum Aufträge erhielt. 1665 traf ihn ein schwerer Schicksalsschlag, als sein jüngerer Sohn, der sein zeichnerisches Talent geerbt hatte, an der Pest starb. Im Jahr darauf wurde Holler Zeuge einer weiteren Katastrophe, des großen Brandes von London. Bereits in den Jahren zuvor hatte Holler zahlreiche Ansichten der Stadt geschaffen. Dank deren Genauigkeit man sich noch heute ein Bild des mittelalterlichen London machen kann, das in dem Brand vernichtet wurde. Nach der Feuersbrunst fertigte er weitere, bis heute bekannte Darstellungen an, darunter Topografien, die die zerstörten Stadtteile bezeichneten. Deren Qualität mag den König bewogen haben, ihn 1668 mit auf eine Expedition nach Tanga zu schicken. Dort fertigte er detailgenaue Zeichnungen der Stadt und ihrer Befestigungen an, die Karl II. Als Mitgift seiner Frau, der portugiesischen Prinzessin Katharina von Braganza in Besitz nahm. Auf der Rückreise wurde sein Schiff in ein Gefecht mit algerischen Piraten verwickelt, das er später ebenfalls bildlich festhielt. Nach seiner Rückkehr lebte er noch acht Jahre. Er arbeitete unermüdlich und schuf 1670 mit einem Stich Edinburgh's eines seiner großformatigsten Werke. Er starb in äußerster Armut und es wird überliefert, dass seine letzten Worte dem Gerichtsvollzieher galten. Er bat darum, ihm nicht sein Sterbebett zu pfänden. Wenzel Holla wurde in der St. Margarets Church in Westminster beigesetzt. Werk Wenzel Holla war nicht nur einer der besten, sondern auch einer der fleißigsten Künstler seiner Zeit. Sein Werk umfasst rund 400 Zeichnungen und über 3000 Radierungen. Mehr als 2700 Druckplatten für Stiche sind von ihm bekannt. Seine Arbeiten zeichnen sich vor allem durch absolute Genauigkeit, Detailtreue und einen geradezu dokumentarischen Realismus aus. Holla interessiert sich für eine unerschöpfliche Vielfalt von Themen. Bekannt wurde er vor allem durch seine Topografien sowie durch seine Landschafts- und Städtebilder aus Deutschland, Böhmen, England, den Niederlanden, der Schweiz und dem heutigen Marokko. Dazu kamen Porträts von heiligen und bekannten Personen seiner Zeit, Darstellungen von Themen des Alten und Neuen Testaments, mythologische und historische Szenen, aber auch Wappen, Karikaturen, Tier- und Pflanzenbilder, Stillleben-Allegorien, Darstellungen von Kleidermoden und vieles mehr. Darüber hinaus fertigte Holla Druckgrafiken von Werken berühmter Künstler an, die da mit einem großen Publikum bekannt gemacht werden konnten. Eine Kopie der »Jungfrau mit Kind« von Albrecht Dürer, der Holla's Kunstempfinden stark beeinflusste, gehört zu seinen frühesten bekannten Werken aus den Jahren 1625 und 1626 nach dem Vorbild der »Bilder des Todes« von Hans Holbein D. J. Schufholler in den Jahren ab 1644 einen Totentanz, der 1651 in London erstmals gedruckt wurde. Die meisten der 30 Radierungen sind mit »W«, »Hollafizid« signiert. Alle Darstellungen sind mit lateinischen Texte des Alten oder Neuen Testament versehen. Ihre auffallend dekorativen Rahmen zeigen Symbolfiguren und Sinnbilder der Vergänglichkeit, die von dem Antwerpenermaler und Grafiker Abraham van Diepenbeek entworfen wurden. Die bedeutendsten Sammlungen von Werken »Wenzel Holla's« befinden sich heute in Winzerkassel im British Museum in London, im Hollareum der Tschechischen Nationalgalerie in Prag sowie in der Fischer Library der Universität von Toronto. Ein erweitertes illustriertes Werkverzeichnis publiziert von Holstein erschien 2019. Literarische Holla-Rezeption Holla's Leben und Werk wurde auch in der Literatur aufgegriffen. Etwa in der umfangreichen Erzählung »Das Elefantenblatt« aus dem gleichnamigen Erzählungsband von Johannes Urzidil oder in dem Roman »Dobra Kocka«, »Katerra Nemlsa« von Milos Schwatzlaw Kratoch will Ehrung. Im Kölner Stadtbezirk Lindenthal wurde das Wirken Holla's durch die Benennung einer Straße geehrt. Werke »The Dance of Death«, Coxhead »London 1816« »Katerra Nemlsa«, Coxhead »Grohne » Vielen Dank.